Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bitte um Verzeihung. Ich war derart von Ihnen gebannt, Mr. Garrett, dass ich ganz vergaß, dass wir einander noch nicht begegnet sind. Ich bin Konstantin. Und die ganze Zeit glaubte ich, ihr würdet mich entlohnen. Dabei bereiten Sie wohl schon meinen Abgang vor. Aber nicht doch, Mr. Garrett. Wird ihr überrascht, wenn ich euch verriete, dass ich es war, der euch beauftragen ließ, mein eigenes Schwert zu stehlen? Ja, wisst ihr, Victoria und ich sind... Alte Geschäftsfreunde. Äh, genau. Versteht ihr? Ihr wurdet geprüft. Und ich muss sagen, ihr werdet eurem Ruf mehr als gerecht. Ihr seid wahrlich ein... Meisterdieb. Ich wurde geprüft. Was genau wollt ihr von mir, Konstantin? Ich bin Sammler, Mr. Garrett. Doch gibt es einige Gegenstände, die leider unverkäuflich sind und auf andere Weise akquiriert werden müssen. In diesem Fall müsste der fragliche Gegenstand auch am besten entwendet werden. Nicht von irgendeinem Targetdieb, sondern von einem Meister seines Faches. Wie euch. Worum handelt es sich bei diesem Gegenstand? Um ein Juwel. Man nennt es das Auge wegen seiner ungewöhnlichen... Erscheinung. Genau. Das Auge liegt in der versiegelten Kathedrale, in den Gebäuern dieses hammerierten Abschaums. Aber verzeiht mir, vielleicht seid ihr dem Orden des Hammers sehr freundlich gesonnen. Nein. Fanatiker sind unbeständige Freunde. Ausgezeichnet. Ich biete euch eine stolze Summe. Eine Million. Ihr bekommt sie nach Erhalt des Auges. Wie könnte ich ein solches Angebot ablehnen? Hervorragend. Victoria wird euch die Einzelheiten erklären. Ach und Mr. Garrett. Erhaltet das Schwert. Ihr habt es verdient. Und ich vermute, dass es euch auf eurer Suche recht. Schützlich sein wird.